So, dann haben wir mal hallo, herzlich willkommen zurück hier bei Red Dead Online mit der Lagitta. Hi. Zeigst du unseren Popo? Mit dem Rossi? Hallöchen. Ich wollte eigentlich einen Mut machen, aber ich stehe zu dicht am Pferd dran. Dann kommt der Bus auf irgendwelche Arsenal und Krababa. Ja, hallo nochmal. Das ist dann, dass ich umgedreht. Das ist doof. Warum, wenn man jetzt auf rechte Maus drückt, warum dreht er sich jetzt nicht? So, also, ich nehme jetzt hier erstmal diese Händlerrolle an. Ich drücke mal die vier. Hast du denn heute? Du stinkst. Was, du provozierst mich? Kann man da halt noch mehrere Emotes freischalten oder kaufen, oder wie? Läuft das? Ja. Kann man nur die Standard-Dinger. Kannst du im Katalog mal gucken. Du kannst doch, wenn du jetzt, ähm, wie war das L drücken? L, da, 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 da. L, da, 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 da. Online-Option und dann Emotionen. Da hast du Begrüßungen, Provokationen und da sind auch schon verschiedene drin. Wasserbegrüßungen, okay. Winken, Daumen hoch, okay. Kann man denn also noch ein bisschen variieren? Ja. Alles klar. Komischer Guck. Achso, da. Ich glaube, da war auch eins mit einem Stinkefinger. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich glaube, das hatte Toni mal. Aktion, Spocken, Schießerei. Jetzt hier hat man auch. Ungeschickt tanzen. Na, das ist das, was ich eben gemacht habe. 15 Gold kostet der Händler. Ach du Scheiße. 15 Gold. Und danach könnte ich dann theoretisch gesehen, ja. Ja. Die Brennerei, ja. Müsste ich eigentlich theoretisch den Händler jetzt auch lernen, ja. Ich habe kein Gold. Ich kann gerade mal drei. Was ist mit deinem Pferdchen denn los? Huch, wo ist das? Hast du jetzt irgendwie eine Zeit, die abläuft? Oh so. Ich denke, hä, wo ist er jetzt auf einmal hinten? Pum. So. Jetzt sind wir hier, warum auch immer. So. Meinst du eine Färbe machen? Nö. Könnte man ja eigentlich, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Und noch eine kleine Kopfgeldjäger-Mission machen. Ja, sonst hätte ich gesagt, warte, ich mache mir das auch schnell hier mit. Oder so. Nö, dann musst du, musst du mal schnell den Brief lesen. Mal gucken, wo du dann hin. Jedes Mal, jedes Mal Kopfgeld zeigen hier im Video, das ist ja doch blöd. Ja, ist zwar Action, aber immer dasselbe ist auch doof. Und jetzt, wenn du mal die Händler-Mission war, jetzt jagen oder was suchen oder worum geht's da. Ja, da, wie gesagt, der Typ hier im Lager, der tut jetzt die Fälle, die wir besorgen tun für ihn, verarbeiten. Und wenn der fertig ist, kann man das verkaufen. Da gibt's auch ordentlich Schotter für. Okay, aber dieser Arsch-Docke, da sieht man im Video bestimmt gar nichts hier. Hoffen wir mal, mein Laut. Jihaa. Bula, da war falsch, das. Okay. Die Wörter hat nochmal aufsteigen lassen, das fährt, Leertaste drücken und Tab, weil du bin ich, Gott, ich hab nicht. Ne, ähm, Steuerung und dann Leertaste, doppelt. Oder einmal, einmal recht, oh. Alles klar, so war das. Alter, das ist ja voll gruselig hier, der Nebel und der Moor und so. Warte, Slagy, da hast du das jetzt schon gemacht, ne, ne? Ich bin auch so nicht dran, ne? Ich bin noch am gucken, wie? Du musst den Brief lesen. Hab ich. Und dann einfach auf der Karte gucken, dann müsstest du einen gelben Punkt jetzt haben. Was für einen gelben Punkt? Na, da, wo du hin musst, dich mit kurz drücken. Kurz, kurz. Ich hab' Sheriff-Teil, ich hab' die Lupe und ich hab' einen MD. Hä? Okay. Mhm. Normalerweise musst du doch ab-ab-ab-ab-ab-ab-ab-ab-ab-ab-ab-ab-ab-ab-ab-ab-ab-ab-ab-ab-ab-ab-ab-ab-ab-ab-ab-ab-ab-ab-ab-ab-ab-ab. Ab-ab-ab-ab-ab-ab-ab-ab. Ja, aber, 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 aber nichts da. Ach, vielleicht, weil du in meinem Trupp bist. Das kann Sinn, dass das denn nicht funktioniert. Ach, dann muss ich mal raus. Da müsstest du vielleicht mal kurz rausgehen. Wie war das denn, wenn ich da rausgehe? Schmeiß' mich mal raus. Ich schmeiß' dich mal raus. Okay, kann ich gar nicht rausschmeißen grad. Warum, weiß ich nicht. Toll, ich hab' nämlich auch nichts gefunden, dass ich... Was soll denn das? Ich will nicht mehr mit dem Trupp, ey. Was? Ich will raus. Ich will raus. Schmiele, Angehefte, Protokolle, Einladung, Trupp. Trupp, Brüder, Trupp, Einstellung, Zurück, sie geht auch nicht, ne. Reputation, Ehrenhaft. Typ, Permanent, Feindsättigkeit, Niedrig, okay. Du kannst den Trupp nicht verlassen, solange du einen aktiven Inhalt spielst. Also, wir haben ja irgendwie eine Mission, also deswegen kannst du da nicht raus. Okay, dann muss ich, muss man vielleicht doch jetzt erst mal schnell zu meinem Lager. Mh-mh. Und noch mal mit dem Quatschen. Ach, mein Huhu. Ja, haben wir erst mal viele Gereite und Nebel in der Folge. Ja, so sieht das halt aus, ne, im wilden Westen. Halt, die Kutsche ist noch da. Ist das so weit? Au! Oh nein! Au! Der auf fährt, das Mädchen. Voll gegen den Kaktus hier rollen. Lauf! Das ist Splitter im Po, oder? Ja, Mann. Ne, Kaktus-Nadel, wo kann sie haben. Au! Oh mein. Der war nicht schlecht eben. Äh, Herr Toll, hast du auch genommen, ne? Na, sicher. Geiße! Der Kutscher kommt. So was kann auch echt nur immer mir passieren. Ja. So, nix, ich erst da. Weil Fahrtrichtung sitzt. Alter! Lady First, darf man schon mal was gehört? Äh, ja. Hat mich jetzt aber nicht gestört. Kannst du ja auch noch rüber setzen, oder nicht? Ist noch mal Platz. Dann sitzt du auch in Fahrtrichtung. Obwohl, man sieht ja eh nicht so viel. Achso, kannst du bloß links-rechts. Oder man? Ja. Warte mal, kommt ja nicht. Nö. Tatsache, geht bloß links-rechts. Ich dachte, wenn man jetzt direkt da hinguckt, oder so, oder so, dann... Da hinwegst du... Nö. Naja. Wie weit ist denn das? Oh ja, na klar. Zurück nach Blackwater, oder? Ei, ei, ei. Gut. Alles geht doch eigentlich. Ich meine, die Missionsziel ist, das muss man halt mit unserem... ...Lagerverwalter abquatschen, oder was? Denk ich mal, dass wir da noch eine Anfangsmission machen müssen, hier eine Versorgung. Okay. Der sagt uns dann, was er haben will, und wir müssen dann ein bisschen jagen gehen, oder sonst den Kram. Genau. Okay. Ansonsten, dann nachher, wenn das läuft, alle Fälle halt. Nicht mehr zum Fleischer bringen, sondern zu ihm. Genau. Am besten perfekt, dann fühlt sich da der Balken schneller. Ja gut, klar. Da war der, wenn es nicht drauf angewiesen ist, wenn ich nicht nur das Fleischer will, guckst ja sowieso noch nach Perfekt und alles andere lässt es liegen. Überlaufen. Genau. Oh, die Sonne geht auf, yeah. So eine Kutschfahrt hat auch mal was, man guckt sich mal ein bisschen in die Gegend an. Ja, man kann ihn genießen. Ja. Ist ja auch immer auch was zu sehen, irgendwelche Viecher, eine Eisenbahn, NPC-Reiter. Voila. Der Kutsch hat, glaube ich, schon einen getrunken heute. Ein Baum? Hat zu einem Frühstück gleich morgens gleich mal mit Whisky gegurgelt. Zu Desinfektionszwecken. Genau. Whisky nennt man hier halt als Mundwaffe. Genau. Uff. Uff. Was hast du denn Opfer hiervon? Ich komme an die Vögel nicht ran. Achso, wolltest du wieder Vögel abschießen. Was macht sie da? Ich habe einen Vogel abgeschossen. Welchen meinst du? Ich habe gerade rausgeguckt, ich habe das gar nicht gesehen. Eieieiei, was ist denn los, Herr Kutscher? Naja, die Pferde, ich weiß auch nicht. Anstatt die mal hier auf dem Weg bleiben, rennen sie erstmal in die Wand. Fragt sich nun, wer ja den Whisky gesoffen hat. Fährt auch ruhig. Oder weiß ich was da im Hafer war. Oder haben die Mohnen gefressen oder was? Keine Ahnung. Ja, das wird es sein. Schönen Präriemohnen. Genau. Was ist das? Seid ihr ein Zielfernrohr macht das ja bei der Jagd ja noch ein bisschen einfacher. Uff. Kuhu. Kuhu. Und kommt denn mein blödes Pferd schon wieder nicht? Weiß nicht, du liest ja noch gleich mit. Irgendwann hat sie oben aufgehangen oder festgehangen, sei so. Irgendein Kieselstein im Weg, der das nicht mag. Kommt doch lange drüber mit der Hufe. Oh, voll ins Lager in die Rammelte. Plot. So, jetzt habe ich nämlich hier den Schlachtertisch. Boah, ist so ein Schlachter. Da ist aber auch das Kortex, ne? Quips Handelsgesellschaft, genau. Ach, dann mach mal gleich mal ne Versorgungsmission. Uff, okay. Oh, die haben die weiße Flagge hier senkt, warum auch immer. Sag mal den Wagen und die Vorräte einfach als Schaffung. So, da, 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 da. Eine Lieferwaren, Vorräte, Quips Handelsgesellschaft. Wir wissen noch, StrongBirdie oder wo auch immer das ist. Mit Kutsche oder mit der eigenen Pferde? Ach, Kutsche! Heute wird's gekutscht. Hat so viel passt. Oh man. Oh ja, wir haben auch nur begrenzt Zeit, ne, 13 Minuten noch. Oh ja, ist ja jetzt nicht so weit bis Thornberry. Ne, nur mal so als Info. Falls ihr das vielleicht übersehen haben könntest, solltest. Unwahrscheinlicherweise. Auch bitte nicht den komischen Weg jetzt hier fahren, ne? Das ist ein komischer Weg. Ach so, hier über den Fluss und dann diesen komischen Haken, oder was? Ja. Den ihr immer so gerne nehmt. Der ist ja, der ist ja richtig scheiße mit Kutsche. Mit Kutsche, ja, der geht auch. Ja komm, gib Gas hier vorne. Los, Junge. Wir haben doch keine Zeit. Ach so, ja. Oha, ich ahne, Schlimmes. Kommt doch deine Stelle, die du so magst, oder was? Oder? Ne. Ich glaube, wir haben Glück. Wir müssen mal ne Hau nochmal anhalten, da frisselts auch in der Hütte hier. Hm, ich seh. Ich seh. Ich seh nix. Was nicht da in den abgebrannten Rücken. Und doch, die hier vorne? War bei mir nix, oder gehabt, äh, zu spät aktiviert. Hm, oder so. Oder schlechten Winkel gesehen, keine Ahnung. Hm. Möglich ist ja alles. Oder viel ist. Oh, er ist pissig, warum auch immer. Sind wir schon da, oder was? Der ist ja nicht mehr pissig. Oh, die anderen aber. So. Ich würd sagen, das ist meine Kutsche, ja. Ach, der fahrt schon, ich dachte. Den Vorratskutsche müssen wir hier spielen, aber. Ja, nehmt ihr die andere? Oder holt ihr eure Pferde? Wiss ich nicht. Kann auch Kutsche fahren, mal gucken. Hilfe. Da seid ihr mich mit reinsetzen, ja? Deine Wahl, du kannst auch dein Pferdchen rufen. Nö, das ist ja. Hilfe. 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 Wenn nicht, es hat nicht gerade. Darin. So. Geht los? Geht los. Ja, kann losgehen. Und wenn irgendwas ist, dann liegt dann immer an der Pferde, die irgendwas im Hafen hat. Richtig. Mal nicht zu dicht hinterher fahren. Hoppa. Denk dran, du hast WPS. Ich hab nur EMPL. Das ist mir gerade aufgefallen, dass ich schon wieder so dicht aufgeschlossen bin. Ich bin hier ruhig. Anlauf da durch. Nicht dafür noch stecken bleiben. Nehmen wir mal den Abkürzungen, quer durch Feld. Mal gucken, wer schneller da ist. Hä? Hä? Ja. Uff, wir hatten hier... wir hätten da abbiegen müssen scheiße böses navi ich bin angekommen ja haben wir mitgekriegt mission wurde abgeschlossen gab punkte ja das gibt immer ordentlich punkte die tötete da kommen sie ja ja da wären wir mit verspätung die kunstern so die steuerung ja nicht so schlimm aber wenn du echt mal wenden muss das ist nicht so einfach ja und wenn das sollte man vermeiden ja mein pferd kommt nicht verdammt also wieder die kutsche nehmen ja ich wollte jetzt eigentlich jagen damit er noch ein paar fälle schon mal kriegt ach so ja kann man probieren wo muss ich dir über e mail abgeben ok alles klar material ein bisschen material hat er ja jetzt schon mal die hälfte in betrieb ist auch schon kannst du mal gucken ob du mich jetzt rauskicken kannst job kann die machen moment mitglieder gitarre ich kann kann ich nicht rausschmeißen das ist ja komisch kann ich denn nicht irgendwie mein fährt stall fährt fährt im besitz kann ich auch nicht weitermachen zurück auf fährt jeder zugriff auf fährt nur ich bitte zugriff auf ladung oder wir machen immer nur freunde nur freunde und aber ich kann es nicht in den stall schicken von hier aus das doch dämlich zu fuß jagen scheiße das war ein kopfschuss junge du blöder kojote das war bloß in einer haben naja hier sind wir euch nur pferde oder schlangen oder zum scheiß bis jetzt nichts vernünftig zu jagen warum ich die jetzt nicht rausschmeißen kann aus dem trupp dort wie sie auch nicht selber rausgehen und eigentlich haben wir ja jetzt keine offene mission dann kann es dann erstmal nicht liegen ansonsten lock ich mich nachher einfach mal aus komplett aus posta bloß lobby wechseln schnell mal und dann wird er zurück ich habe die falsche knack mein mausrad spinnt aber auch da weiß die maus noch gar nicht so weit hast du dir was erschossen oder dort nicht halbtotet sollte man das mit lobby wechseln das mit lobby wechseln das kipp und dann noch spiel also schlecht mori auch nicht mit bist du da oben zu fuß ja ja leider ich denke mal den wapiti als uhr erschossen wapiti lachter halb angeschossen rum ich habe ihn zwar jetzt mal erlöst aber gab ja nur ein strech zu fäll ich bin jetzt eigentlich raus aus der trupp na komm, hebe im kopf dann auf jeden fall bist du raus aus der lobby ja müsstest du auch aus dem trupp raus sein kannst du auch die jensen kadaver also musste nicht heute ganz noch komplett das ganze tier abgeben ok riesenvieh auf dem buckel gabelbock brauchst du kein fitnessstudio hier früher an die probleme nicht ach das fährt gott mich an ach jetzt kommt es mal ich glaube es ja nicht ich wollte gerade sagen da kommt doch was schön dass du noch meinen fuchs wenigstens hinten drauf hast so so gesellschaft okay dann gibt da noch schön das tierchen ab reichlich produktion betrieb drei ware material spenden oder was soll damit machen jetzt das musst du spenden ja gespendet eine feder gespendet ein komisches tier ok das war es mir habe ich nicht gut dann würde ich sagen kommen auf folge auf verbinden 29 minuten genau ich nehme ja noch auf alles klar gut also habt ihr bei mir hier mal gesehen wie das abläuft mit der händlerrolle genau ja dann werden wir jetzt noch ein bisschen ein bisschen jagen gehen hier und dann sehen wir uns nächste folge wieder bis dahin wir sagen ciao 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 ciao